Ja und dann machen wir weiter eine Runde und dann! Dieses Zigarrenversteck gefunden letztens. Jetzt gehen wir mal da lang. Knochen hat er noch in der Hand, nehme ich an. Irgendwo muss ich aber lang gehen hier noch. Aber wo, ne? Aber wo wieder? So, hier haben wir ja schon reingelunzt. War da lang, wa? Ah, hier vorne geht's weiter, okay. Exit steht dort, okay. Ah, jetzt fehlt der Schlüssel natürlich, ne? Der Schlüssel fehlt. Da muss ich wahrscheinlich einen Schlüssel suchen, oder? Finde einen Weg, um das dort zu öffnen, okay. Vielleicht liegt der hier ja noch Schlüssel noch rum, oder so. Ne, ne? Ist nur hier so... Hier vorne? Ne, ne, nix. Mal können wir mal ein bisschen zurücklaufen. Hier blinkt doch irgendwas. So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Ach, die Pistole. Uh, ganz, ganz interessant. Jawohl. Da sind da Patronen drinne, oder? Ich hoffe, dass Patronen drinne sind. Gut, jetzt haben wir das, äh, Pistolenproblem, aber wir haben, ähm, noch Schlüsselproblem. Oder? Wir können ja... Sorry. Aber wir haben einen schönen Hund. Komm, gib ihm den Knochen, komm. Gib ihm den Knochen, los, komm. Genau. Das ist, äh, ruhig. So ist es brav. Sehr schön. Genau. Ne, ich hätte aufgepasst, ne? Sonst hätte doch die andere Hand weg gehabt. Gut, jetzt haben wir das Schlüsselproblem. Ja, Kleiner? Gefällt dir das? Ja. Streicheranheiten mag doch jeder was. Genau. So, jetzt, ähm, was haben wir erzählt? Jetzt gehen wir nochmal da hin, vielleicht kann man ja das, ähm, noch einen Knochen holen. Und dann vielleicht, ähm, mit der Pistole dahinten die, ähm, na, das Schloss durchschließen, meine ich jetzt mal. Haben wir vielleicht noch so einen Knochen für mich, oder? Ne, ich hätte gedacht, da kann man da jetzt noch einen Knochen holen. So, da hätte ich mich jetzt echt, ähm, gefreut. Ich weiß, macht er gar nicht laut, ne? Das macht er gar nicht laut. Aber gut, wenn wir das so machen wollen, dann machen wir's halt so. Oh, der weiß bestimmt schon, dass ich da bin. Bis so im Gefühl. Dass er das schon weiß. Oh, oh, hier geht's runter auf alle Fälle. Na ja, da gehen wir erst mal... Die machen wir hier hinter, oder? Da geht's glaub gar nicht lang, oder? Ne, hier ist nix, okay. Die war auch nix, ne, auf der Seite. Ja, da müssen wir ja da lang, ne? Uh, da müssen wir da lang, leider, leider. Ich geh jetzt mal außen rum. Mal gucken, ob vielleicht irgendwas hier ist noch. Oh, das ist duster hier, Leute. Meine Güte, ey. Was liegt denn hier? Bilder oder was? Oh, die Wundermänner. Die erfolgreiche Rettung aller zwölf eingeschlossene Bergerwarte beim Unglück vom 5. Januar 52. Hoffen, hört mich, weil der Wind hier grad saumäßig wedelt. Also, ich mein, im Game. Wilder Wind saumäßig. So, hier haben wir noch, äh... Keine Ahnung was. Ach, und du dann wieder. Jawoll. Und dann drehst du mal rum. Okay, du des du dem. Oh, wau, 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 wau. Was haben wir denn da jetzt schon wieder, ey? Du des du dem. Wir können ja mal unten gucken, hier. Wirkliches Ding. Und mein. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Sie. Uh. Das hat man noch nicht. Fassbar weit entfernt. Acht. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im. Oh. Nein. Okay. Mike hat sich die Finger abgehackt. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Mach ich. Okay. Mike hat einen Wolf nicht gerettet. Äh, getreten gerettet. Mike hat einen Freund gewonnen. Ach, das ist aber schön. Vielleicht ist das gar nicht so übel, wenn wir einen Freund gewonnen haben. So, okay. Ist hier noch irgendwas? Ansonsten müssen wir nämlich die Treppen runtergehen. Ich glaube wir müssen die Treppen runtergehen. Wird ich sagen. Jetzt gehts los, Leute. Jetzt gehts wieder los hier unten. Nämlich denke ich mal. Vermuts mal. Es war hier ein großes Action jetzt. Ist hier. Gehen wir da lang. Oder wo geht man da lang mit dem bisschen hier? Ich habe... Weiß es aber nicht. Gehen wir da lang. Gehts nicht weiter? Hier. Ist hier irgendwo irgendwo ein Tor hier oder was? Irgendein Tor hier. Ja. Ja. Habt ihr es eben gesehen? Aber warte weg geht. Das ist voll die optische Täuschung ey. Da habe ich jetzt echt gedacht. Das ist ähm... Na jetzt sieht man es nicht mehr. Na egal. Jedenfalls sah es eben ganz anders aus. Pfff. Mit dem Weg da hinten halt. Oh. Wo führt es mich denn hin hier? Ey Leute. Meine Güte. Hier. Was haben wir hier? Natürlich. Zu. Natürlich. Zu. Ne? Natürlich zu, ne? Oh. Oh. Okay. Ach ne ganz toll. Ach du Scheiße. Ja. Ah. Shit. 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 Ganz toll. Was hat er beobachtet? Da beobachtet uns das Sack. Das ist dober dazu gemacht. Wer hat denn da reisen? Hey. Es ist verschlossen. Scheiße wer war das? Mann hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Okay. Gut. Ja. Haben wir das Zimmer jetzt hier mal gelandet. Ja. Jetzt müssen wir doll angehen, ne? Hm. Fassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar wie er starb. Nein. Ich meine, was wenn sie sich irren? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. So, die wollen ja Hilfe holen. Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Wo ist eine Axt? Ich sehe gar keiner. Ach, hier. Jawoll, Axt. Ach, das ist doch die Axt von diesen, äh, ja genau. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du wirst niemals da durch, du Schrank. Emily, hindurchhelfen. Tür aufbrechen. Ich mach die Tür auf. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken. Und werde... Schluss, mach jetzt! Und zack. Na los, weiter, hopp. Und los, weiter, hopp. Na los, hopp. Na, geht doch. Oh. Gott. Verdammt. Was ist passiert? Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie wir, wie bei Chris und Ash und Josh. Weiß das, dass das der einzige Rückweg ist? Sag das nicht. Hm. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Aber das... Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich... Ich bin doch selber. Ich weiß nicht. Oh Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Hm. Geh mal rein. Auf alle Fälle sehen die Kamera aus. Wir waren gut beobachtet. Jemand hat hier alles auseinander genommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Achso, stimmt. Oben ist da der Dorium. Hier ist der Funkturm. Das ist die Seilbahn. Warte, sagen wir ein bisschen hinauf, wa? Irgendetwas müssen wir doch tun können. Mensch... Hier gibt's so viel Schrott. Da muss doch was brauchbares dabei sein. Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Die nervtete Lady, oder? Was haben wir hier noch an der Wand? Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Ganz grottisch. Hier ist noch was. Geh weg. Nicht immer läuft die mir vor der Füße rum. Toll. Keine Schlüssel. Keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja. Wir können's versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Wir brauchen das Funkgerät. Gehen wir zurück. Ja, gehen wir zum Funkgerät. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt. Gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt. Ist gut. Oh, wir machen mal kurz ein Karte. Warte, soll ich sagen.